hey ilka nutzi putzi was los gerade mal wieder eine total doofe idee hat okay ich habe ein bisschen angst ich ahne schlimmes was das denn vor pass auf wir machen ein podcast zusammen jeder macht das nur wir nicht ja stimmt uns fragt okay das ist schon richtig moment mal aber könnte schon fast der titel vom podcast sein genau und weißt du was ich hatte da eine komplett verrückte idee wir nehmen uns einfach die fragen vor die sonst noch den ganzen promis und megastars gestellt werden nur uns halt nicht richtig coole idee du meinst so eine art was geheimnis für ewige jugend oder wie bleiben sie so bodenständig oder wir geben einfach nur ehrlich und ungeschminkte antworten also so natürlich wie wir halt so sind das ist genial das machen wir ach der los die partygranate ja 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 ja